Guten Tag, willkommen zurück zu einer neuen Reaction und zwar zum Song Alekia Asura. Wir haben hier eine Empfehlung bekommen und zwar ein ganz grosses Dankeschön an Ramshara oder an Ramshara. Und auch ein grosses Dankeschön an der Steve Scott und Ramshara für eure Unterstützung in den Comments. Das ist ein mega Lieb von euch. Wie Ramshara oder der Ramshara schon erwähnt hat in den Comments von einem anderen Lied, heisst Alekia Asura soviel wie Handsome Demon. Und es ist ein wenig das älteste Lied, aber auch mega in gewesen bei den Youngsters. Und Preview hat mir das so weitergeleitet und wir sind jetzt gespannt, was das für ein Lied ist. Okay, darum hätte ich gesagt gehabt, let's dive in. Haha, jetzt ist es wieder kurz. fine Mute Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nagle um ja um nann rai, innam nagle um nilat thane nalum kandde. Nalgiyasura, algiyasura, atmirasay illa yaa. Karnavill vandu endhan virelgol kicicicicicu moutavillay. Nalgiyasura, algiyasura, atmirasay illa yaa. Karnavill vanduyéndan virelgol kicicicicicicidadadadadadada. Ok, ja, das ist, mir spricht übrigens Algeusura aus, das habe ich jetzt gemacht hatte und nicht Alềhiyassura. Er ist ein schönes Lied und ein ruhiges Lied, etwas für mich. Doch wie die, die mich kennen, oder schon mal ein paar Videos sieht, wissen auchotros so ein bisschen Action, Energie und so weiter habe. Es tut auch gut, wieder mal ein Ruis-Lied zu hören. Einfach schön, calm. Aber was ich als Umstieg gefunden habe, ist wirklich bemerkt, die Zeit, in der sie dieses Video gedreht haben. Die 2000er oder 88er hat der Kleider-Style wieder zurückgebracht, damals mit den ripped Jeans, MTV und so. Das habe ich übrigens auch noch cool gefunden. Und sonst an dieser Stelle einander in Aburgalei. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.